Und da sind wir wieder. Und ich sehe da oben schon jemanden, den ich vielleicht gleich erledigen werden will. Da ist er. Oh, Skelett. Hau doch nicht von mir ab. Du hast etwas, was ich haben möchte. Aha. Wir wissen, was zu tun ist mit unserem geilen Wind. Aber erstmal ist hier oben vielleicht noch was. Ja, ein Trank der kleinen Heilung. Wie schön. Gut. Gut. Das bedeutet, weg vom Laufen. Wir sprinten. Und. Das klappte nicht so, wie ich es haben wollte. So geht das. Runter mit uns. Oh. Gar keine gute Idee. Druckplatten überall. Das sind auch Druckplatten. Wie gesagt. Druckplatten. Aber wieso sind hier überall... Mal. Oh. Spinnenviecher. Wir haben eine neue Stufe. Perfekt, die nächste erledigt Das bedeutet Wir steigen auf Und ich investiere in Gesundheit Und ich würde gerne Was können wir denn bei Schleichen machen? Heimtücke Schleicheangriffe mit Einhandwaffen erfordern Verursachen sechsfachen Schaden Verursachen dreifachen Schaden Ja Löst keine Druckplatte mehr aus Sehr cool Geräusch der Rüstung wird um 50% leiser Was haben wir denn da? Ja 40% Wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst Schießkunst Kritischer Treffer Zusätzlicher Schaden Heranzoomen Während des Zielinstuchs Wenn du während des Zielinstocken drückst Kannst du heranzoomen Oh Was ist mit Einhändig? Komm Erstmal jetzt 20% mehr Schaden Ja Also Grundskill Würde ich sagen Nehmen wir bei allen Obwohl Leichtphysik-Skill wäre jetzt Richtig geil gewesen Aber den sind ja immer Weiß er nicht Na dann die Trichter Wieso nicht Na Was hast du dabei? Ein Frostgift Wow Wow Nein Inventar Ähm 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 Kaiserliches Schwert Äh Rüstung Äh Pelzschilds Ausgerüstet Gut Tränke Ähm Frostresistenz Wäre cool Ähm Wäre auch cool Neue Zaubererlernen Super Ähm Gut Ähm Hoch Uuuh Ja Geht doch Frostgift Das habe ich so viel verbraucht Nur für diese Eine hässliche Spinne Oh Ich hoffe wir sind nicht noch mehr Ja Ähm E Holztür öffnen Und ähm Gib mir mal wieder meinen Bogen Ja komm Ich möchte meinen Bogen wieder haben Wieso kann ich das Ding jetzt nicht öffnen Ja wieso ist das Ding jetzt nicht offen Ja Hier wäre es wenn ich an der Kette ziehe So Speichern Falls irgendwas Schlimmes passiert Immer An den Strategiksten Stellen Speichern Ja es passiert was Boah Hier ist niemand mehr drinne Das ist schon mal gut Ich wette wenn ich das Ding öffne Passiert Irgendetwas Ich wette es passiert was Was ich kann damit jetzt nichts machen Oder was heißt das Ach Äh ja Super Super Ich muss euch sprechen Dringend Miete Das Dachzimmer im Gasthaus Schlafende Reise Im Flusswald Und ich werde euch treffen Ein Freund Genial Einfach nur Genial So Wieso sollen wir jetzt Nach da gehen Wahrscheinlich weil es hier raus geht Na super Leute wir haben jetzt alles so super sneaky gemacht Für nichts Oder doch nichts Okay Gibt mir dein Gold Was haben wir denn hier noch Noch eine Urne Mit ein paar Tränken Steht doch drauf Dass es leer ist Begreifen ist ohne Okay Ja Schade würde ich sagen Jetzt sind wir hier So super sneaky durchgekommen Haben uns denn so gut wie gar keinen Kampf verwickeln lassen Und dann Sowas Scheiße Richtig Scheiße Ich hoffe man kann hier überhaupt noch was sehen So dunkel ist das nämlich Nein Ruhe Eisenhelm Rüstung Gräbnis Gräbnisurne Ist nur Gold Drinne Hier ist was drinnen Gold Hier ist auch was drinnen Gold Ein Trank der kleinen Heido So weitläufig ist gefällt mir gar nicht Nein Nein Da ist auch was drinnen Gold Wow 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 Es gab sogar was Gut Hier sind wir schon mal fertig Nein Nein da habe ich gerade eben Mir nur eingebildet Das ist nur ein beschädigtes Buch Hier kommen wir auch nicht weiter Wie müssen wir denn jetzt einfach hier wieder raus Karte Ach Einfach nur nach Da Oder Ja Gut Dann Will ich Ah ich würde sagen Hier war ich schon Ja Hallo Ja Irgendwie war ich hier schon Dann ab nach draußen Ah super War das ja Fast so Um Äh Sonst Glaube ich Zumindest Im jahre der dritten ära Im jahre der dritten ära Boah Äh Nord sind Zu 50 prozent Gegen kälte schaden Resistenz Okay das ist gut zu wissen Das habe ich alles Das war auch alles okay So Mein Pferd ist noch immer da Wie toll Ähm Habe ich jetzt irgendwas von neuen Objekten Schwert der Funken Ja das werde ich mir wohl alles Als Zauber holen Zumindest hier diese Veränderung und so weiter werde ich mir alle Die werde ich alle An den Einverzauberungstisch Bringen Und dann Ein bisschen damit Verzaubern Ach du kannst bereits funken Okay Damit würde ich sagen Aufsteigen Speichern Zack Und damit würde ich sagen Mit diesen wundervollen Worten Verabschieden wir uns Oder ich mich Eher gesagt Mein Pferd und ich Wir uns Und sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein